Oh, hallo Kinder! Kennt ihr das, wenn euch so richtig langweilig ist? Genau so ging es mir gestern. Aber Gott sei Dank habe ich dann die Miriam getroffen. Und so wurde es doch noch ein richtig spannender Nachmittag. Oh, hallo Miriam! Hi Rudi! Was macht ihr denn hier? Verlaufen wir zum Rathaus. Und was willst du da? Wenn ihr Freunde von mir besucht... Ah, okay. So, ich habe gerade eh nichts zu tun. Hättet ihr was dagegen? Hättest du mitkommen? Nein, kein Problem. Komm mit! Das ist kein Problem. Nee, kein Problem. Das ist ein Problem. Und wenn ihr euch so richtig, dass ihr euch abonntet, Das ist ein Problem. Ja, aber wir haben uns auch noch ein Problem. Und wenn ihr euch so richtig, dass ihr euch habt, Und dann gehen wir mal. Und dann gehen wir mal wieder nach unten. So, wie setze ich jetzt hier hin? Ich begleiche es ja da. Nicht weglaufen, okay? Ich habe keine Lust, dich suchen zu müssen. Ja, ja. Ich bin einig, aber ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Ja, bitte. Hallo. Hallo. Wer ist Kugel? Ich bin Katrin Alpsteiger und wer bist du? Ich bin der Rabe Rudi. Hallo, komm doch rein. Da bin ich doch tatsächlich gleich im Büro der Chefin gelandet. Katrin Alpsteiger ist nämlich die Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm. Du und ich dachte immer, unser Oberbürgermeister, das ist nur ein älterer Mann mit Brille. Also wer saß hier mal, aber das ist schon acht Wochen her. Und dann bist du hier sozusagen die Chefin von Neu-Ulm. Du darfst jetzt hier alles in Neu-Ulm entscheiden und bestimmen, oder? Oh, das ist ein Herz. Müssen jetzt alle in Neu-Ulm auf dich hören? Leider nicht, leider nicht. Tatsächlich, ich bin diejenige, die hier zumindest dafür verantwortlich ist, dass es hier geregelt zugeht. Aber entscheiden natürlich nicht alles alleine. Dafür gibt es zum Beispiel auch den Stadtrat und selbstverständlich haben wir Bürger bei uns auch noch ein bisschen mitzuregen. In jeder Stadt wird ein Stadtrat gewählt. Die Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmer haben vor ein paar Monaten den neuen Stadtrat gewählt. Das sind 44 Männer und Frauen, die gemeinsam wichtige Entscheidungen über unsere Stadt treffen. Der Stadtrat ist, genauso wie die Oberbürgermeisterin, für die Dauer von sechs Jahren gewählt. Der Stadtrat trifft sich regelmäßig zu Sitzungen im Rathaus. Die Oberbürgermeisterin leitet die Sitzungen des Stadtrats. Und da entscheiden sie dann gemeinsam, zum Beispiel über Bauvorhaben oder über Feste, die die Stadt veranstaltet. Im Stadtrat hat jeder eine Stimme. Das heißt, alle Entscheidungen werden demokratisch getroffen. Es wird abgestimmt. Wenn der Stadtrat zum Beispiel entscheiden soll, ob ein neuer Fahrradweg gebaut werden soll, dann müssen die Männer und Frauen im Stadtrat abstimmen, ob sie für oder gegen diesen Vorschlag sind. Die Antwort mit den meisten Stimmen gewinnt dann sozusagen. Die Oberbürgermeisterin kann solche Entscheidungen also nicht alleine treffen. Aber auch die Oberbürgermeisterin hat eine Stimme im Stadtrat und kann so natürlich mitentscheiden. Sie regiert also nicht wie die Königin von Neu-Ulm, der alle gehorchen müssen. Sie ist auch nicht unsere Chefin. Aber sie ist sozusagen die Chefin vom Stadtrat. Der Stadtrat ist für viele Entscheidungen zuständig, die ich eben nicht alleine treffen darf. Das funktioniert auch zweierlei Weise. Entweder ich mache gemeinsam mit meinem Verwaltung den Vorschlag, was beschlossen werden müsste. Dinge, Probleme, die gelöst werden müssen, Baumaßnahmen, die angegangen werden müssen. Und mit diesem Vorschlag gehe ich dann in den Stadtrat und stelle es zur Diskussion und zur Beschlussfassung. Auf der anderen Seite kann der Stadtrat aber auch selber bei mir ankommen und mit Anträgen mich beauftragen, das eine oder das andere zu erarbeiten und ihn dann wieder zur Beschlussfassung vorzulegen. Also insofern ist der Stadtrat ein Gremium, das mit den gemeinsamen Themen bespricht und zum Schluss die Entscheidungen trifft. Okay, okay. Und was musst du dann als Chefin von Neu-Ulm alles machen? Auch die Aufgaben, die sind ganz vielfältig. Also so ein Oberbürgermeister, der ist einerseits dafür zuständig, dass das Rathaus funktioniert, aber auch in vielen anderen Stellen, zum Beispiel im Museum oder in der Bibliothek oder im Baubetriebshof oder bei uns im Edwin-Schafhaus. Und das muss natürlich organisiert werden. Insofern bin ich so etwas wie die Weitungsstätten hier. Aber es gibt noch ein bisschen mehr zu tun, zum Beispiel nach draußen zu gehen und sich mit den Leuten, die hier neu wohnen und arbeiten, zu unterhalten, zu schauen, wo der Schuh drückt oder vielerlei andere Dinge, die im öffentlichen Raum bei uns stattfinden, zu organisieren, zu eröffnen und stattfinden zu lassen. Und ist der Bibliothek denn so, wie du dir vorgestellt hast? Oder was ist vielleicht anders? Also aktuell ist anders, dass wirklich wenig außer Haus stattfindet. Aber ansonsten macht es mir sehr viel Spaß. Ich organisiere gerne, ich manage gerne, ich führe gerne Sitzungen. Das ist, auch wenn es mal eine harte politische Diskussion ist, trotzdem etwas, was mir sehr gut gefällt. Was musst du jetzt für immer machen? Gott sei Dank nicht. Ich mache das zwar sehr gern, aber ich bin nur auf sechs Jahre gewählt. Du hast ja schon ganz viel erzählt, mit welchen Themen wir euch befassen. Und wie willst du dich denn für die Kinder hier in Neurung einsetzen? Oh, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, weil ich habe nämlich selber zwei Kinder. Die eine ist zweieinhalb und die andere viereinhalb Jahre alt. Die gehen momentan in die Krippe und in den Kindergarten. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema, die Kinderbetreuung und die Bildung bei uns in der Stadt. Wir haben in den nächsten Jahren vor, einige Kindergärten neu zu bauen oder Kindertagesstätten, sowohl für die Unterdreijährigen als auch für die Dreijährigen plus. Und da gibt es viel zu tun. Aber wir wollen selbstverständlich auch sowas wie Vereinsleben stärken, Jugendarbeit stärken und die Schulen. Und da gibt es auch eine ganze Menge, was man tun kann, um hier noch ein Stück weit besser dazu beizutragen, dass sich hier Kinder und Jugendliche in unserer Stadt wohlfühlen. Das hört sich ja schon voll so an, als ob du das voll gerne machst. Aber warum wolltest du denn überhaupt Oberbürgermeisterin werden? Das ist eine wirklich schwierige Frage. Die beginnt eigentlich die Geschichte schon relativ früh. Ich war mit 15 Schülersprecherinnen hier in Neu-Ulm am Bertha-von-Suttner-Gymnasium und habe da meine ersten Erfahrungen gemacht, wie das ist, als eine, die halt Vertreterin von anderen ist, als gewählte Schülersprecherin dieser Schule. Wie es ist, wenn man sich für andere einsetzt. Insofern war das meine erste politische Erfahrung und die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und so habe ich einfach in dem Bereich weitergearbeitet. Ich habe Politik studiert und ja, die Wahrheit ist. Ich bin da gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte, die Nachfolge von Geroen Jürgenberg anzutreten. Das ist aber auch ein echt toller Beruf. Also ich glaube, ich will jetzt auch Oberbürgermeisterin werden. Wo kann ich mich bewerben? Also in sechs Jahren ist es wieder soweit. Kann nur passieren, dass wir zwei dann Konkurrenten sind und gegeneinander antreten müssen. Aber muss ich dann nicht eine Ausbildung dazu machen? Eigentlich nicht. Oberbürgermeister kann jeder werden, egal ob er einen handwerklichen Beruf erlernt hat, ob er Beamter ist, Lehrer, ob er, wie ich, Politikwissenschaften studiert hat und zuletzt in der Energiebranche tätig gewesen ist. Es ist eigentlich total egal. Was man auf jeden Fall mitbringen sollte, ist aus meiner Sicht schon eine politische Erfahrung, weil man dieses Gespür für einen Stadtrat, für die Themen in der Stadt schon erst mal entwickeln muss. Also als Oberbürgermeisterin, da hat man echt viele verschiedene Aufgaben. Frau Alpsteiger ist die Chefin der Verwaltung und der Angestellten der Stadt. Sie muss die Sitzungen des Stadtrats leiten. Sie führt ganz viele Gespräche mit den Bewohnerinnen und Bewohnern von Neu-Ulm. Und die Oberbürgermeisterin ist auch Repräsentantin. Das heißt, sie steht für die Stadt Neu-Ulm und vertritt die Bürgerinnen und Bürger, hält Reden, eröffnet Stadtfeste und sie ist Ansprechpartnerin für die Probleme der Bürgerinnen und Bürger. Als Oberbürgermeisterin muss man also echt viel können und hat mit vielen verschiedenen Menschen zu tun. Aber keine Frage hätte ich noch. Dürfte ich vielleicht mal deinen tollen Chefsessel ausprobieren? Ja, natürlich. Also so toll ist er nicht, aber wir darfst ihn gerne mal setzen. Dann nichts wie los. Na, das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Und, wie fühlt sich der Stuhl an? Boah, als ob ich der Chef von Neu-Ulm wäre. Dann komm, ich zeig dir jetzt noch einen anderen Hupenstuhl, der auch ganz wichtig ist. Boah, da bin ich gespannt. Boah, da bin ich. Boah, da bin ich. Das ist jetzt der Sitzungssaal des Rathauses. Hier tagt der Stadtrat und auch die Ausschüsse. Und das da vorne, da sitze ich. Oh, darf ich da auch mal sitzen? Na klar. Und wenn im Stadtrat richtig tumultlos ist und niemand mehr aufpasst und alle durcheinander reden oder kurz bevor eine Sitzung losgeht, kann ich mit dieser Glocke auf einmal klingeln und das ist dann das Signal, dass jetzt Ruhe einzukehren hat. Und dann kann es losgehen. Und was ist das hier? Was hast du da Tolles? Das ist mein großes Schmuckstück und zwar die Amtskette. Die wird nur zu ganz besonderen Anlässen getragen. Ich hatte sie bisher ein einziges Mal an. Das war zu meiner eigenen Vereidigung und zur Vereidigung der neu gewählten Stadträte. Und darf ich da jetzt auch mal sitzen? Klar. Und du darfst was machen, was ich mir nicht erlauben darf. Huiiii. Oberbürgermeisterin zu sein macht Spaß. Rudi, ah jetzt habe ich dich endlich gefunden. Wo warst du denn? Jetzt komm lass die arme Frau mal arbeiten und wir gehen jetzt. Ach das war gar kein Problem. Hat Spaß gemacht mit dir Rudi. Miriam, wir haben dir so viel gezeigt und so viel erklärt. Er will jetzt auch Oberbürgermeister werden. Echt? Das ist aber schön. Dann sag mal Tschüss. Tschüss Rudi. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Dann auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Du, Miriam, das war die Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm. Wusstest du das? Katrin Alpsteiger heißt die. Und die hat mir heute alles Wichtige erklärt. Was man als Bürgermeisterin so alles wissen muss. Ich will jetzt nämlich auch Oberbürgermeisterin werden. Da gibt es nämlich gar keine Ausbildung dafür. Weil das kann eigentlich jeder werden. Ja, vielleicht sogar raten. Aber man muss Lust haben, mit vielen verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten. Als Oberbürgermeisterin, da ist man nämlich Chef von allen Leuten im Nahhaus. Und in der Bücherei. Im Bürgermeister. Im Museum. Da war ich doch auch schon mal. Aber der Stadtrat, der ist natürlich auch ganz wichtig. Ohne den Stadtrat kann man nämlich als Oberbürgermeister ja gar keine wichtigen Entscheidungen treffen. Weißt du? Das ist ganz anders als ob wir zum Beispiel bei einer Kircheheben. Weißt du? Wir wollen ganz alles den Tag anschauen. Wir wollen ganz ehrlich sagen. Wir wollen ganz gerçekleşehen. Wir wollen ganz ehrlich sagen. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit aus. Komm mit. Komm mit aus. Und dann kann es losgehen. Ich habe schon mal auf dem Chefsessel von einer Oberbürgermeisterin gesessen. Ich nämlich schon. Der ist super bequem. Und wenn man sich darauf im Kreis dreht, dann macht das riesig Spaß. Ich werde auch mal Oberbürgermeisterin. Aber weißt du, da kann man sich gar nicht so einfach darauf bewerben. Da muss man dafür gewählt werden. Du, Miriam, würdest du mich denn wählen?